Na gut. Das ist so geil, dass sie klappern. Dann ploppt ihr mit zwei Schwerter. Çok gut. Ist mein Tinker? Alles klar. Na gut. Ich finde das mit den Turnschuhen toll. Ich finde es auch geil. Sieht richtig fesch aus. Paul, die Turnschuhe sehen toll aus. Danke. Kannst du hier mal einen Ock machen? Höher kommst du gar nicht. Was willst du über den Schwert, Paul? Paul, ich glaube das ist nicht fantastisch. Ah, ah, ah. Er hat kein linkes Ei. Hört man das, was ich draußen sage? Ja. Wir müssen uns leise unterhalten. Wir müssen uns leise unterhalten. Mach mal hin, ich will was essen. Du musst deine Schwerter mehr nutzen, Paul. Du musst deine Schwerter viel mehr nutzen. Mit dem In-Seins richtig wegkloppen.